Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, liebe Leute. Die ersten Versiege fragen, hey Al, warum siehst du so fit aus? Naja, das liegt daran, weil ich mir erstmal gestern Abend Steam Scoops Kickdown reingezogen habe. Naja, wisst ihr, gestern war wirklich so ein Abend, wo ich sagen muss, ja, war auf jeden Fall geil. Es gibt eben gerade einiges zu tun, wir haben ein paar Projekte geplant und ich habe gestern eben bis halb sechs Uhr morgens Videos für euch geschnitten, ja. Ne, aber es ist wirklich auch überhaupt kein Problem. Ich sehe das ja, das Feedback von euch und so weiter, wie ihr mich supportet. RAS GEHL! Nein, ihr Wutzer, du Huren schlau. Also wirklich nochmal, danke dafür, ihr seid die Besten. Ich bin gespannt, was ihr wieder in unsere Kommentare dankelassen habt. Das ist für mich wirklich immer eine ganz besondere Ehre, eure Kommentare durchlesen zu dürfen. Warum liegt ihr überhaupt Stroh? ALISMOR! Hey, verpisst! Du merkst gerade, die fünf Stunden Schlaf, die Zirken gerade so rein. Verstanden? Keine weiteren Störungen. Wie nennt man einen Oberschenkel-Halsbruch in China? Ach komm, nee! Nee, ich bin jetzt einer, habe ich neulich auch wieder in den Kommentaren gelesen, der sich jetzt als Veganer jeden Morgen zwei Pfannen in die Eier haut, ja. Ist eine komplett normale Sache als Veganer. Jetzt wo ich an Pfannen in Eier hauen denke, denke ich irgendwie auch komischerweise an RefInside, ja. RefInside ist ein YouTuber auf Deutschland. Der macht auch, ich nenn's mal, Videos. Und letztens war ich eben in so einem Video dabei. Hab dort ein bisschen die Bude aufgemischt. Hab den Jungs mal meine Meinung gesagt. Alter, du bist der nervigste Gast, den wir jemals hatten. Halt dein Maul! Hol aus Mamas Schublade mal den Vibrator. Was ist ne Schublade? Dressel! Was ist lustig? Was ist traurig? Nix, Alter, nix ist hier lustig, nix ist das Problem! Was hast du halt 40 Zähne und bewacht ein riesiges Monster? Deine Mutter. Du bist der Heldeste und behindertste Gast, den wir jemals hatten, Alter. Wenn ein Epileptiker in der Badewanne einen Anfall hat. Ich verhör mich! Der Revi hat nämlich gesagt, wir können den Kanal abonnieren. Deswegen hab ich gedacht, im Gegenzug sag ich jetzt einfach, schaut beim Revi vorbei und lasst ihm unter keinen Umständen auch nur ein einziges Abonnement da. Wie kann Nico 840.000 Abonnenten haben, wenn auf dem Mond keine Menschen leben? Ey, Mann! Das gibt's nicht! Aber der hat recht, Alter. Der hat recht, Mann. Ey, warte mal! Als nächstes haben wir einen Fakt aufgelistet bekommen, der mich persönlich ziemlich schockiert hat. Das war sogar, glaub ich, in den Worldwide, BBC, ACD, 123 Nachrichten. Jetzt fragt man sich als allererstes mal, was ist der Unterschied zwischen Holz und einer Wolke? Man denkt sich erstmal keine paradoxen Dinge dazu. Die Lösung auf das Rätsel ist, die Wolke enthält kein Holz. Das ist noch nachvollziehbar und in einem gewissen Rahmen, ja. Aber wenn man sich den zweiten Standpunkt anguckt, weil jeder Mensch unterschiedliche Fingerabdrücke hat, dann wird einem einiges klar. Nach allen Dingen, ja! Geht euch auch grad ein Licht auf! Wo ihr recht habt, habt ihr recht, Mann! Ich hab auch Urlaub! Halt den Maul! Halt einfach den Maul! Schockierende Ereignisse ereigneten sich auch unter dem letzten Ereignis. Unsere tägliche Ereigniszeitung ereignete ein Ereignis, welches sich in der Vergangenheit ereignet. Eins, Maul! Innski, du alte Jokebird! Jo, wahrscheinlich bin ich ein Jokebird, oder? I know you smell my perfume! Raus! Du, Nico, ich hab mal ne Frage. Eine Freundin kam zu mir und meinte, sie hätte zu große Brüste. Soll ich das Problem nun in die Hand nehmen? Hey! Ne, würde ich nicht machen. Also ich meine, verstehe ich jetzt auch gerade gar nicht, was damit gemeint ist. Hey, Nico! Von den ganzen Beauty-Youtubern bist du der Beste! Mach weiter so! Endlich mal einer, der's versteht, Leute! Ich hab mich gefragt, wenn ihr endlich mal einseht, dass ich zu den Beauty-Youtubern gehöre, ja? Seh ich nicht aus wie geleckt, Leute? Sitzen zwei Leichen auf einer Mauer, fällt eine runter, beide sind tot. Den Witz hab ich jetzt gerade ungefähr 20 Mal gelesen. Was findet ihr daran so fucking lustig, Alter? Das ist doch... Ja, keine Ahnung, bist vielleicht so... Hä? Bist du dumm, oder was? Ein kurzer sinnvoller Papst wird noch angehängt. Es geht um meinen Lifestyle-Kanal, und zwar, ich hab festgestellt, letzte Zeit so einige kannten den gar nicht. Deswegen verweise ich natürlich kurz drauf. Wenn ihr Interesse habt, so ein bisschen ernstere Videos von mir zu sehen, oder mal ein bisschen sowas, ja, Vlog-mäßiges, dann schaut euch den Kanal vorbei, er ist unten in der Beschreibung. Timis Paket, für die Leute, die Interesse an Fitness haben, gibt's ja gerade günstiger, auch unten verlinkt. Endlich mal einer, der einen Kommentar mit Sinn schreibt! Jungs, ich hab kein Bock mehr, ich bin raus, Alter, verpistet! Äh, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, ich hoffe, die dumme Episode hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, und ein Abo, wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, in meinem Live-Trade-Challion genauso. Ähm, und ja, ansonsten schaut beim letzten Video vorbei, und hört auf so eine Scheiße, die Kommentare zu schreiben, was soll denn das? Ja, ansonsten schaut beim nächsten Video vorbei,